Herzlich Willkommen, ihr State of Survival Interessierten, zu diesem Video. Ich bin inzwischen schon über vier Jahre dabei, gucken wir gerade nochmal in die Anmeldezeit rein, 1600 Tage und nach und nach entwickelt sich euer Start. Ich bin Start 21, also schon von Anfang an fast mit dabei und alle paar Wochen gefühlt, ganz so schlimm ist das nicht, aber schon regelmäßig werden neue Sachen freigeschaltet. Neue Helden-Generationen, neue Plasma-Stufen, Flugzeuge, Dinosaurier, gibt es jetzt inzwischen schon verschiedene neue Helden-Ausrüstungssachen. Was meine ich, gucken wir uns hier mal an das Ungeheuer-Institut, also inzwischen gibt es bei mir schon einen Affen, einen Dinosaurier, dann haben wir hier Flugzeuge in einem Hangar. Ihr startet mit diesem hier, dann kommt der Helikopter und jetzt ist vor ein paar Wochen gerade in meinem Start der dritte mit dazu gekommen. Es gibt verschiedene Plasma-Stufen, gucken wir hier vielleicht mal kurz rein, also wenn ihr jetzt gar nicht wisst, worum geht es. Ihr startet als Hauptquartier-Level mit 1, dann geht es bis 30 und ab 30 starten die Plasma-Stufen. Da braucht ihr ein zusätzliches Material, das nennt sich Plasma, dann kommt ihr bis Stufe 5 und ab 6 braucht ihr dann ein polymerisiertes Plasma. Das ist wieder eine andere Form davon und aktuell geht es bis Stufe 13 und ihr könnt euch darauf einstellen, dass es irgendwann noch weiter geht. Das ist ein unendliches Spiel, das muss euch bewusst sein, es kommt immer was Neues und ich dachte mir, es ist ganz gut zu wissen, wann kommt was, gerade für die, die noch nicht so lange dabei sind. Darum soll es in diesem Video gehen. Ich habe nämlich eine coole Grafik gefunden von dem offiziellen Status-Vival-Discord-Server, da ist ganz gut erklärt, wann kommt was. Wenn es euch interessiert, bleibt dran bei diesem Video, auf geht's. Hier seht ihr jetzt die Grafik, die ich angesprochen habe vom offiziellen Status-Vival-Discord-Server. Ihr seht auch rechts die Credits, die Grafik ist nicht von mir, sie gibt aber einen sehr guten Überblick und deswegen dachte ich, ich zeige sie euch mal und wir gehen die nach und nach ein bisschen durch. Sie ist nicht vollständig, wichtiger Hinweis, zum Beispiel sind hier nur zwei Flugzeuge drin. Ich würde sagen, die Grafik ist ungefähr so zweieinhalb bis drei Jahre in der Zukunft brauchbar, die ist noch keine aktuelle Version. Ihr seht auch an den Limitless-Helden, das ist also Generationen 13 und 14, es gibt aktuell Generationen 17, aber gerade für die, die neu anfangen, also zwei Jahre ungefähr, kommt ihr mit dieser Grafik gut klar. Und wir gucken uns mal die wichtigsten Sachen hier an und ich zeige euch die ein bisschen in meiner Siedlung. Ich starte mit der Erklärung von dieser Grafik oben rechts im Blau, wo Plasma steht. Wie müsst ihr das lesen? Also es gibt immer Age, Jahr und darunter dann die Wochen. Und jetzt müsst ihr wissen, wann habt ihr mit dem Spiel angefangen, beziehungsweise wie alt ist euer Start, also wie lange existiert der schon. Da gibt es ja immer eine Nummer, die wird hochgezählt, bei mir ist es Start 21, inzwischen, ich weiß gar nicht, wo wir gerade stehen, ich würde mal so schätzen 1400, 1500. So in dem Bereich, alle paar Wochen wird ein neuer Start generiert und je nachdem, wo ihr anfangt oder wenn ihr auch einen neuen Account euch macht, dann springt ihr in diesen neuen Start. Und dann müsst ihr zurückrechnen, euer Start ist gestartet und dann 10 Wochen später wird die erste Plasma Stufe 1 bis 3 freigeschaltet. Und dann 22 Wochen später von 4 bis 5 und so geht das eben immer weiter. Und aktuell bin ich auch in Stufe 11 bis 13 nach der 86. Woche. Das heißt, da müsst ihr schon ein bisschen spielen, bis das ja hinkommt, aber ich glaube, das Prinzip ist jetzt klar. Je nachdem, wie alt euer Start ist, müsst ihr halt dann zurückrechnen und diese Felder sind nicht ganz linear, also wir müssen ein bisschen springen, aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. Ich habe es euch am Anfang des Videos schon kurz gezeigt, gucken wir nochmal rein, hier unter Info können wir halt sehen, welche Plasma Stufen gibt es. Ich bin aktuell bei 11 und sobald ihr ab Stufe 30, also 31 den Schwung weitermacht, dann braucht ihr Plasma weiter das hochzuleveln und nicht nur Ressourcen. Und wenn ihr dann bis Plasma 5 kommt, also am Stufe 5 zu 6, braucht ihr polymerisiertes Plasma. Das ist eine weiterentwickelte Form. Dafür braucht ihr das Reinigungszentrum, das wird irgendwann freigeschaltet und dann könnt ihr täglich einmal 5 Chancen einlösen, um aus Ressourcen Plasma Kerne zu machen. Und die müsst ihr dann umwandeln in dieses polymerisierte Plasma. Kann man auf Reinigen klicken, dann werden hier die umgewandelt. Wieso braucht man die? Naja, wenn wir nochmal bei Upgrade gucken, ist es irgendwann so, dass die Plasma Kerne nicht mehr ausreichen, sondern ihr braucht auch ziemlich viele von diesem polymerisierten Plasma, um eure Gebäude weiter hochzuleveln. Auf welche Arten ihr jetzt Plasma erhalten könnt, darauf möchte ich nicht eingehen, das würde das Video sonst sprengen. Eine Möglichkeit zeige ich euch mal, wenn der Start ein bisschen älter ist, bekommt ihr in den täglichen Kisten, zum Beispiel in den letzten, hier sind 5 drin und hier sind auch 5 drin. Es gibt unterschiedliches Event, das würde jetzt zur Auswahl von sein, aber das war jetzt nochmal ein Einblick, wie das mit den Plasma Kernen funktioniert. Zurück zur Grafik, ich werde jetzt hier nicht alle Sachen mit euch durchgehen, aber einige Sachen gucken wir uns noch an. Gehen wir mal weiter auf der linken Seite mit den Helden-Generationen. Es gibt alle paar Monate neue Helden. Die unterscheiden sich in den Stats, in den Fähigkeiten, es gibt verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Das wäre jetzt auch zu detailliert, ich habe da schon zwei Teile langes Interview zu gemacht, mit einem Experten, der sich da gut auskannte. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen in der Playlist. Hier ist nochmal die Übersicht von 2 bis 12. Warum ist hier ein Unterschied? Ab Generation 13 haben sie eine neue Funktion oder eine Änderung eingeführt, dass es jetzt Limitless Helden gibt. Also ihr braucht da nicht mehr diese Fragmente, die ihr hier oben seht, sondern es wurde umgewandelt, dass man jetzt so Potion braucht. Das gucken wir uns nochmal an. Ich zeige euch das mal in meiner Siedlung. Ich gehe in den Helden-Bereich und auf der linken Seite sehen wir seit einiger Zeit G15, G13, G17 und das heißt Generation. Darauf könnt ihr euch orientieren. Wenn ihr euch jetzt fragt, ihr seid noch nicht so lange dabei, hä, Maddy, G13, die ist doch eigentlich von Anfang an dabei. Naja, das ist eben genau dieser Switch, den ich meinte, dass sie die Limitless Edition eingeführt haben, dass die Generation 1 Helden jetzt dann zu G13 geworden sind. Und wenn man sich die Stits anguckt, ich habe sie in der maximalen Ausbaustufe hier fast, ist sie bei 2700 und am Anfang hat sie 100-200% Angriff. Das wächst mit der Zeit. Was können wir zu den Helden sonst noch sagen? Ja, ihr müsst euch darauf einstellen, wenn ihr hier kein Geld reinsteckt, könnt ihr euch abschminken, dass ihr jede Helden-Generation maximal mithalten könnt. Ich mache das so, dass ich mir einen Held von der Generation meist rauspicke und versuche, den so stark wie möglich zu bekommen oder auch manchmal eine Generation komplett weglasse. Seht ihr hier ganz gut, ich habe es geordnet nach Kraft. Ich habe Generation 15, Carlos als stärksten Jägerheld, dann Generation 13, Maddy als stärksten Fahrerheld und dann Robert als, gut, gar nochmal G15held. G16 habe ich gar nicht gelevelt und jetzt bin ich bei G17, wo ich versuche, Robby ein bisschen hochzuholen und so mich langsam wenigstens ein starkes Team zu haben. Da müsst ihr euch darauf einstellen, das ist ein bisschen frustrierend. Ihr könnt, wenn ihr kein Geld reinsteckt, nicht alle Helden oben mit dabei haben. Wenn ihr noch nicht so lange dabei seid, gibt es bei euch im Start wahrscheinlich noch sehr viele Lila Helden. Die habe ich natürlich hier unten auch noch. Die sind inzwischen noch alle Level 80. Wenn wir hier aber mal die Stats angucken, bringt das aktuell in meinem Startalter überhaupt nichts mehr. Also ich habe die zwar noch, die sehen vielleicht ganz nett aus, aber zum Kämpfen taugen die nichts mehr. Was man vielleicht noch damit machen könnte, dass einzelne Helden ja Sammelfähigkeiten haben, wenn es irgendwelche Events gibt, wo man sammeln muss schnell. Gibt es hier zum Beispiel ja Koch, der 20% euch mehr Speed gibt, um Ressourcenfelder abzusammeln. Da könnt ihr dann die nutzen. Bei State vs State gibt es ja zum Beispiel das Event, wo ihr dann möglichst viele Ressourcen sammelt. Da würden euch die Lila Helden noch ab und zu helfen, aber wirklich brauchbar sind die nicht. Außer vielleicht noch Travis, der euch ja bei der Ausdauerverbrauch 20% nochmal erspart. Wenn ihr viele Rallys macht oder so, kann man Travis noch benutzen. Aber die Lilanen oder auch die Blauen, Rusty und sowas, die sind ja noch schwächer. Wenn wir uns hier die Stats mal angucken, die spielen später keine Rolle mehr. Resonanzhelden, davon kann ich euch auch nochmal einen Hinweis geben, wenn ihr Free-to-Play unterwegs seid oder wenig Geld, lasst diese ganzen Resonanzhelden sein. Denn erst ab Level 4 werden 100% der Werte genommen, mit denen ihr sie resoniert. Da ich natürlich meine besten Stats behalten will, nutze ich die nicht. Ich bräuchte hier noch Fragmente, um sie hochzulevenen. Und ich glaube, ich habe sogar, genau, Chris habe ich auf 4. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Damit werden schon mal die kompletten Werte übernommen. Aber es gibt dann auch noch Spezialfähigkeiten, die ich auch noch leveln müsste, damit er wirklich stark wird. Ich war hier noch gar nicht drin in dem Modus. Das hier ist noch gesperrt. Das heißt, ich brauche nochmal zusätzliche Fragmente, um die Spezialfähigkeit freizuschalten, die ein Held, also diesen Held erst wirklich stark macht. Wenn ich diese Funktion nicht habe, ja, dann kann ich ihn auch wieder sein lassen. Also das ist ein bisschen schade. Hier unten gibt es ja dann noch diese Spezialhelden, die dann nochmal stärker sind. Die haben dann 5 Scales. Das würde jetzt hier zu weit gehen. Nur mal ein kleiner Eindruck, wie es bei mir so aussieht. Also ich habe lange nicht alle Helden freigeschaltet, beziehungsweise nicht hochgelevelt. Sondern ich picke mir mal einen raus und versuche dann wenigstens ein halbstarkes Team zu haben. Zurück zur Grafik. Ich möchte euch diesen Store hier unten nochmal erklären. Der ab der 38. Woche kommt. Schauen wir uns den Laden mal an. Denn ich finde den sehr gut. Es hat ewig gedauert, bis wir den eingeführt haben. Was können wir hier so Gutes machen? Der Inhalt variiert. Wenn ihr euch jetzt wundert, du hast ja ganz andere Sachen als ich hier drin. Das liegt daran, je nachdem wie alt euer Start ist, variieren hier die Sachen. Hier habt ihr als Free-to-Play-Spieler oder als jemand, der nicht viel ausgibt, die Möglichkeit ein bisschen aufzuholen. Und zwar braucht ihr dafür Silbermünzen. Die könnt ihr zum Beispiel in den täglichen Kisten euch abholen. Und dann, hier gibt es noch was gratis. Die Tomaten brauche ich nicht, aber ich nehme sie jetzt mal mit. Die verschiedenen Kisten einsammeln. Hier gibt es zum Beispiel Helden-Ausrüstungsteile, wenn ihr die noch nicht fertig habt. Oder die Kommandanten-Ausrüstung. Die war am Anfang. Wenn ihr startet, ist die ja sehr schwer zu bekommen. Und hier gibt es jetzt eine Kiste, wo ganz viel von dem Zeug drin ist. Also wenn dieser Shop öffnet, bekommt ihr sehr, sehr einfach. Zum Beispiel diese Entwürfe sind ja auch ziemlich schwer zu bekommen. Die sind dann hier in recht großer Menge drin. Das gleiche haben wir hier die Abzeichen. Wenn ihr die noch nicht fertig habt, aktuell bin ich dabei, meistens diese Kisten hier zu nehmen. Mache ich einfach mal für die Flugzeugteile. Da bin ich lange noch nicht fertig. Deswegen nehme ich, wenn es geht, erstmal hier diese Flugzeugkiste. Und dann gehe ich zu den Einsatzleitfäden weiter. Das kommt natürlich immer darauf an, wie weit ihr seid, wo ihr den Fokus drauf legt. Und das ist dieser Laden. Der wird eben erst etwas später freigeschaltet, wenn ihr schon länger dabei seid. Zurück zur Tabelle. Ich habe jetzt schon eine Weile gelabert. Deswegen will ich das Video nicht zu lang machen. Vielleicht gucken wir uns die Events nochmal an. Der erste Hauptstadtschlacht, Kapitel Clash heißt das, ist nach knapp zwei Monaten. Also wenn ihr die Hauptstadt einnehmen könnt, wenn sich der Nebel gelichtet hat in eurem Staat, dann ist die Hauptstadt frei. Dann könnt ihr das erste Mal darüber kämpfen und dann den Gouverneur freischalten. Und zum Gouverneur habe ich auch schon mal ein einzelnes Video gemacht. Guckt da in die Basic-Playlist nochmal rein. Und nach 14 Wochen habt ihr den ersten State vs. State. Also dann kämpft ihr gegen einen anderen Staat. Was ich ein sehr schönes Event finde, wo man dann auch vor allem gut Ressourcen von anderen Spielern klauen kann, die nicht in deinem Staat sind, damit möglichst harmonisch der Staat ist, damit ihr alle gut wachsen könnt. Bei den anderen Events hier will ich nicht auf alle drauf eingehen, denn die wechseln auch mal wieder. MyHingMahem zum Beispiel ist in meinem Staat gerade gestoppt. Da gab es mal eine Info-E-Mail, dass sie das überarbeiten. Was vielleicht noch wichtig ist, hier Trap. Die kommt nach vier Wochen. Die ist sehr, sehr wichtig mitzumachen. Die ist alle zwei Tage. Da bekommt ihr ganz, ganz viele Materialien. Die wechseln auch am Anfang für die Heldenausrüstung, später jetzt auch für das Flugzeug. Jetzt kann ich den Helikopter damit gut leveln. Also das ist eine Empfehlung. Macht soweit es geht die Falle mit. Bei dem Flugzeug-Bereich hier fehlt das Dritte. Das ist jetzt vor ein paar Wochen erst dazugekommen. Unten gibt es die Ungeheuer, den Gorilla und den Dinosaurier, der dazugekommen ist. Hero Appointment sind erst diese Roten und dann später die Generation 2. Weil diese weißen Bücher, gucken wir vielleicht nochmal rein, wo das ist. In dem Shop, wo wir gerade drin waren, ist das hier die Einsatzleitfäden Generation 2. Das sind die weißen, die ich meinte. Gucken wir uns nochmal an. Im Hauptquartier finden wir die dann, wenn die freigeschaltet sind, bei der hellsten Zuweisung. Und die ersten drei Bereiche, die ersten drei Ränge braucht ihr diese roten Bücher. Ich glaube hier oben im Laden kann man die noch sehen. Genau, das sind die hier. Die Befehlshandbücher ist Generation 1. Und nach einer gewissen Zeit werden dann diese Zweier freigeschaltet. Im Laden kann man die auch tauschen. Das mache ich auch recht regelmäßig, um einmal in der Woche diesen Dienstabzeichen damit tauschen zu können. Denn ja, auch damit bin ich nach über vier Jahren noch nicht fertig. Also mit den roten hier schon. Ihr seht, die sind alle auf 40, das Maximale rausgeholt. Aber bei der zweiten Generation, die hier hinten dann noch kommen, da bin ich bei 70 und 65. Ich versuche mal den Fokus hier auf Infanterie zu machen. Denn Infanterie für die Verteidigung gut. Und wenn ich hier euch das mal zeige, könnte ich jetzt hier schon wieder welche einlösen. Ich löse die aber natürlich nur bei Events ein, um dann möglichst noch von anderen Sachen zu profitieren. Auf der linken Seite kann man dann den gesamten Bonuswerte sehen, die man durch diese Heldenzuweisung inzwischen bekommen hat. Das sind bei mir hier schon 300%. Das ist schon echt gut. Hat aber auch ewig gedauert. Und ja, wie ihr seht, bin ich auch hier noch nicht mit fertig. Am Ende des Videos werfen wir noch einen kleinen Blick unten rechts in den roten Bereich, in das Research Institute, auf Deutsch Militärisches Institut. Das finden wir in meiner Siedlung hier, Militärisches Institut. Das wird auch erst nach einer gewissen Zeit freigeschaltet. Und hier haben wir zwei Forschungsbereiche. Ihr startet mit dem auf der linken Seite, um die Plasma 11-Truppen freizuschalten. Dann müsst ihr erst hier die Forschung durchgehen. Und das ist dann der Pulspredator, also die T11-Truppen. Und das für alle Truppenbereiche. Ich empfehle euch, fangt hier mit der Infanterie an. Und ihr seht auch, ich habe hier unten die letzten gar nicht mehr weiter geforscht. Das ist für die Ressourcen verbraucht, damit man bei der Heilung weniger braucht oder beim Bau. Aber da sind mir die Plasma-Kerne zu schade für. Also den letzten Bereich habe ich nicht geforscht. Und dann gibt es, da wird auch erst später freigeschaltet, Plasma 10 oder Plasma 6. Ich bin mir nicht mehr sicher. Hier geht es dann nochmal um die Stats, die ihr verbessern könnt. Hier braucht man ordentlich viel polymerisiertes Plasma. Das ist auch eher nur was für Rally Leader, würde ich jetzt mal im ersten Blick sagen. Ich habe hier den Fokus drauf gesetzt, weil ich wollte ein bisschen bessere Stats haben. Deswegen ist mein Plasma-Level auch noch nicht so hoch von den Gebäuden, weil die meisten hier reingegangen sind. Aber ihr seht auch, am Schluss habe ich es dann sein lassen. Ich habe mir eben hier nochmal Truppenzustand und Tödlichkeit hinzugeholt. Aber da inzwischen alleine die Flugzeuge und auch die anderen neuen Sachen so viele mehr Stats dazu bringen. Und ich jetzt erstmal hier hinten die synthetische Angriffstaktik weiter hochleveln müsste, um dann hier hinten noch ein bisschen was zu Truppenangriff dazu zu bekommen. Das ist mir nicht mehr wert. Wenn wir mal reingucken, die ganzen Kerne, die wir dafür bräuchten. Das ist ein 7-polymerisiertes Plasma, hier auch wieder 7 und dann gibt es am Ende noch die Rally-Kapazitätsteigerung mit 13. Und da gibt es ja auch wieder verschiedene Stufen. Also das ist nur für die Rally Leader. Als Rally Leader, wenn ihr wirklich stark sein wollt, braucht ihr natürlich möglichst große Rally-Kapazität. Dann macht das hier hinten. Ich bin es nicht, deswegen habe ich das jetzt weggelassen. Ich bleibe auf diesem Stand jetzt stehen und fokussiere mich jetzt erstmal wieder auf meine Plasma-Level von den einzelnen Gebäuden und stecke hier in mein Plasma rein. Wenn euch mein Content gefällt und euch Mehrwert bringt, würde ich mich über eine finanzielle Unterstützung freuen. Das könnt ihr machen, indem ihr euch bei YouTube anmeldet, unten rechts dann entweder auf die drei Punkte geht, manchmal erscheint es auch hier unten direkt bei den Buttons und auf Thanks klickt und hier könnt ihr dann eine Summe einstellen, die mir zukommen lasst. Ich würde mich sehr darüber freuen. Das unterstützt den Kanal und sichert euch auch noch weitere Videos. Das war's mit dem Video. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Bleibt gesund, ihr Lieben. Wir hören uns bis zum nächsten Mal wieder. Und denkt daran, das alles ist nur ein Spiel. Habt Spaß. Genießt das Leben. Bis bald. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen.